Musik 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 Es sind ja die bekannten Daten im Grunde nochmal anders geordnet worden, Auch ganz sinnvoll, im Grunde nochmal daran zu erinnern, dass die Bildungsgerechtigkeitsfrage die große ungelöste Frage unseres Schulsystems ist. Also von daher finde ich es ganz schön, dass da jetzt nochmal was kommt. Wobei man sagen muss, naja, also man hätte sich schon auch ein paar frischere Daten noch gewünscht. Wir finden, dass die Kultusminister etwas versäumt haben und zwar etwas Entscheidendes versäumt haben, nämlich dieses Thema zur Priorität zu machen. Stattdessen haben sie also unendlich viel Kraft und Aufwand in Bildungsstandards gelegt, in Vergleichsarbeiten gelegt, womit die Schulen konfrontiert sind. Und es gibt auch nicht annähernd eine vergleichbare Aktivität und ein vergleichbares Engagement in der Frage. Bildungsgerechtigkeit, Förderung, individuelle Förderung ist zwar in aller Munde, aber leider nicht in aller Realität. Es gibt welche, die es auch nicht wollen. Ich würde die mal eher nicht unter den Kultusministern vermuten, sondern unter gewissen Lehrerorganisationen, die vielleicht an der Thematik nicht so interessiert sind. Aber ich glaube, die Kultusminister würden schon gerne, dass irgendwie die Lehrerinnen und Lehrer die Schulen es richten und das irgendwie hinbekommen, wenn sie ständig sagen, das ist ein wichtiges Ziel und dazu brauchen wir dies und dazu brauchen wir jenes. Es fehlt, also meiner Ansicht nach fehlt ihnen der systematische Zugriff auf diese Problematik. Die würde nämlich sehr umfassend sein müssen. Also da würde man nicht mit ein paar Pflästerchen und ein bisschen weißer Salbe agieren können, sondern dann muss richtig investiert werden. Dann muss investiert werden in Lehrerfortbildung. Dann müssen die Schulen Etats haben, um sich beraten lassen zu können, wie macht man das eigentlich, wenn behinderte Kinder mit in der Klasse sind zum Beispiel. Also das heißt, es ist richtig teuer und das wollen die Kultusminister vielleicht machen. Da sind dann die Finanzminister die harten Gegenspieler, die das Geld nicht bereitstellen. Also es ist, glaube ich, eine Gemengelage und, ich sag mal, Boshaftigkeit würde ich eigentlich keinem unterstellen wollen, aber mangelndes Engagement. Der Schwarze Peter geht ans Schulsystem. Also in dem Moment, wo ich ein Schulsystem schaffe, das sagt, Abitur ist was ganz Tolles und das schaffen eh nur wenige. Und nach dem vierten Schuljahr wissen wir, wer eigentlich fähig ist, das Gymnasium zu besuchen und wer nicht. Ihr Lehrer müsst diesen Stempel produzieren. Dieses Kind hat eine gute Prognose, das Gymnasium zu bekommen. In dem Moment schaffen sie solche Situationen. Und da ist eben Bayern also traditionell ganz besonders rigoros und besonders nachdrücklicher. Und von daher, die Lehrkräfte können da wenig machen. Also selbst wenn die Grundschulfrauen alle Kinder zum Gymnasium schicken würden und sagen würden, die sind so klasse und ab ins Gymnasium. Dann hätten sie trotzdem die Situation, dass durch die Konkurrenz in den Gymnasien nach ein, zwei Schuljahren dann eben doch ein bestimmter Anteil wieder zurückgeschickt worden wäre, sodass es sich da wieder ausbalanciert. Ich hoffe, dass es eine wird. Es setzt allerdings einiges voraus, weil natürlich die Gefahr gerade in Hamburg zum Beispiel ist, dass eben doch mehr als 50 Prozent zum Gymnasium gehen und dann eben doch diejenigen, die einen besonders hohen Förderbedarf haben, dann eben auf diese zweite Säule verwiesen sind, wodurch es da dann wieder ziemlich schwierig wird für die Lehrerschaft und und und. Also ob das wirklich schon die Lösung ist, bezweifle ich. Ob es ein Zwischenschritt ist, kann man wahrscheinlich auch bezweifeln. Nur die Hoffnung, dass man auch daraus irgendwas Gutes noch irgendwie hinbekommt, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Wir bleiben bei der einen Schule für alle, also nicht nur Gesamtschule, sondern eine Schule für alle, und zwar die inklusive Schule für alle. Also da sind wir wirklich ganz rigoros und fühlen uns auch durch die Entwicklung eigentlich bestärkt. Also wenn man, ich sag mal, wenn man dann mit dem Umbau des Schulsystems begonnen hätte, zu dem Zeitpunkt, als die GEWS schon gefordert hat, dann wären wir heute durch. Dann hätten wir heute die Situation, dass man sich tatsächlich auf die innere Schulreform konzentrieren könnte, dass man am System Verbesserungen entwickeln könnte. Und so sind wir einfach seit 40 Jahren damit beschäftigt, solche Grundfragen zu klären und zu bearbeiten und zu erkämpfen. Und also es geht ja auch unheimlich viel Kraft in diese permanenten Auseinandersetzungen. Die Lehrerschaft hat ja bisher auch noch aus jedem Schulsystem versucht, etwas halbwegs Ordentliches zu machen. Wir sehen uns an.